Die Interleving Wohnzimmerserie 2108 ist ein großes Wohnzimmerprogramm, das mit der exklusiven Modelloptik begeistert und dank des umfangreichen Typenplans vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten bietet. Mit den hochwertigen Metalllackoberflächen strahlen die Wohnzimmermöbel moderne Eleganz aus. Die Fronten sind in den Farben Lichtgrau, Schiefer-Schwarz und Kasa-Wildeiche erhältlich. Die Korpusse in Lichtgrau und Schiefer-Schwarz. Das Design-Highlight bilden die furnierten Applikationen in marikanter Blockbohlenoptik auf den Abdeckblättern und Wandpanelen. Akzentuierend wirkt zudem das Sicherheitsglas in Persol-Grau. Die Korpusse sind in drei Sockelausführungen erhältlich. Serienmäßig kommen höhenverstellbare Fußgleiter zum Einsatz. Bis auf den Couchtisch und den Esstisch sind alle Möbel mit einer stimmungsvollen LED-Beleuchtung ausgestattet, die Sie stufenlos dimmen und flexibel von Warm- bis zu Kaltlicht regulieren können. Zu den funktionalen Höhepunkten des Wohnzimmerprogramms gehören die Türen- bzw. Türscharniere mit Dämpfung für besonders sanftes und leises Schließen. Auch die Schubkästen mit robusten Metallzargen und praktischem Selbsteinzug sind gedämpft. Die Interliving Wohnzimmerserie 2108 trägt das Qualitätssiegel Made in Germany und bietet fünf Jahre Herstellergarantie. Ergänzend empfiehlt sich die optisch perfekt abgestimmte Interliving Garderobenserie 6011. Interliving. Möbel für mich gemacht.